Zwischen deine Arschbacke so warte mal, ja chill mal kurz ich hab grad, ich versteh das grad nicht so jetzt, ich schmeiß ja alles auf den Boden, eine Speed, eine Piepsi und eine Bier bitteschön kannst du trink gehen alles komm her komm her jetzt trink alles ich führ's uns vorsichtig zum trinken jetzt macht's hier erstmal gemütliches Bier auch hat der mir im Weg, glaub ich bin jetzt steht, was, was soll denn das? ich lauf auch noch mit rein, oder? man, 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 ey man, man, die hinteren Räume da ist noch was unter der Bank oh, was ist das? Painkillers, das gefällt mir die nehm ich mal mit was ist denn hier noch? Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle nehmt auf, du Spost oh, wir sind schon so dritt das wird episch, der erste Aufnahme war allzu viel zu spritzt ich hab hier was aufgesammelt die sind irgendwie, was, ah, jetzt steht Badly Damage drunter was denn, wo denn? das kannst du gleich liegen lassen wenn's Badly Damage ist, dann kannst du liegen lassen äh, keine Ahnung, irgendein Stab wo denn, was denn, warum? ich hab's von mir in der Tasche oh, ich glaub, sie hat Morphium gefunden nein, sie hat Epinephrine nimm das mal mit, lass dich mal an deinem Tag kannst du bewusstlose Wiederbelegen ja, ich bin entgegen ja, dann laufen wir den Masse in den Schnee brauchst du, da ist auch ein Brunnen dann laufen sie in den Brunnen, oder? ja, ich bin jetzt hydrider ja, Jenny hat auch eine Wasserbottle dabei bloodbucket komm mal her ja, noch frisst Vitamine ja, ja ich trockne langsam ich bin nur noch so was dich nicht umbringt macht dich behindert what doesn't kill you makes you schwerbehindert was geht's? gut, lauf, oder? wir laufen alle jetzt dem Grünen hinterher lauf dem Hulk hinterher habt ihr die Häuser da schon durchsucht? ja, da ist nix Kratz drin am Wochenende werde ich immer zum Incredible Hulk oh, ist schön riecht so schön nach nassiger my clothes are soaked through das finde ich immer geil wenn es geregnet hat dann auch der Geruch ich riech ich riech ah, ne, warte mal ich hab nur geforzt ja, der kam jetzt nicht der kam jetzt oh, jetzt bin ich ich mach das immer aus Versehen ich spring da immer aus der Aufnahme raus Ausnahme warte mal aus ausnahme spring ich raus aber die Kölner ist ja nicht so schlimm wenn meine Aufnahme verkastet ist was geht mit meiner Sicht denn noch? weil wir ja drei sichten haben die drei sichten auf vier sichten ich hab was gesichtet boah, vier sichten, weißt du wieviel Videos wir dann wohl haben, ey oh, meine Sicht ist normal geworden zwei Tage acht Videos jawohl, meine Sicht ist wieder normal ich bin immer noch healthy ich bin sehr, ich bin sehr gesund siehst du meine gesunde Gesichtsfarbe wir müssen schauen, dass wir einen Kernopener oder sowas finden wir sind irgendwie viel schneller als ich ja, wichtig ist, dass der Domi umgekehrt 5000 kmh läuft ja, ich ungefähr 2500 und Jenny hat den Bernhard Anschluss äh, es ist ein Sandwich äh, Sandwich äh, Sandwich äh, Sandwich Kevin, was ist passiert? na, dann sagt er Sandwich ich bin nicht der Yusian Bolt, ich bin der Yusian Bolt du bist 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 der Yusian Bolt da gibt's auch... naja Mario, er nahm diese Waffel jetzt spring ich schon wieder aus dem das war so geil, da hab ich mal so Bilder auf Facebook gesehen da ist erst normale Menschen, wie sie laufen und dann sieht man langsam so Spidi Gonzalez, ja Roadrunner und dann geht das Bild weiter und weiter dann sieht man nichts mehr und auf einmal kommt dann Yusian Bolt ich glaub ich muss doch mal schnell auf hier gehen ja, nur mal, musst du mal schauen da ist jetzt eh, äh, Start, wie hörst du? dann laufen wir da hin und dann looten wir da noch ein bisschen wir haben die rechte Seite schon gelootet die jetzt kommt möchtet ihr dann auf mich ein bisschen aufpassen? du hast die Waffen eigentlich? du kannst ja auch aus dem Socken du kannst ja auch kurz raus nee, ich hab gar nichts Mario, hast du Waffen? ich hab wieder eine Pickaxe die ist nice ich hab wieder FPS irgendwo hier Shenny, hast du Waffen? ich werde euch so zu ficken ich laufe in Zeitlupe du läufst so hüften getrun die lauft so hüften getrun die lauft voll in Zeitlupe schau mal auf mich dann muss ich da oben raus Leute, Leute wir müssen zu viert in Landein West zur Military Base ja genau, mit einer Pickaxe und einer komm in dieses grüne Haus in diesen grünen Haus wartest du einfach oder du kannst doch Dinge ich schau schon auf dich wir looten daweil ein bisschen rum mach einfach die Tür zu und dann sieht dich keiner das haben wir alles schon gelootet da ist die Tür wozu ja, da ist sowieso nie was dran mit den Häusern das pisst schon wieder ich würd' auch grad sagen ey you're getting wet jetzt bin ich erst soaked geworden mein Gott, das pisst schon wieder nass also wir haben eigentlich das Wichtige alles schon gelootet also ja komm gleich wieder oh shit wo bist'n wir jetzt, Kevin? ich bin ich brauch' noch einen Kilometer nach so Nicht-Tree und da ist ein Typ ja dann knall'n wir weg oh fuck'n Zombie ja, ich hör' ihn auf hab' ihn gekillt los geh lieber weg bevor ich ihn noch mit meiner Pickaxe treffe ich hab' Angst die Schüler zu töten geh weg ja toll jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen sag' mal kann der mal stehen bleiben, dieser verdammte Zombie ich schau' mir den Kampf spannend zu oh fuck, mein Arm ist broken dieses Zombie ist voll stark, ey ich hab's gehört oh, mein Leck ist so einfach was geht denn eigentlich ab? hab's gewusst oh, der lebt noch ja ich hab' Richard getötet ja ich hab' Richard getötet irgendwann irgendwann liegst du einfach da hehehe ich glaub' du stirbst Mario ich bin schon voll der Band ah, er ist tot er ist tot wie oft hab' ich jetzt eigentlich schon die Magnum nachgeladen was ist die Kecke ich hab' aber leider keine Racks sorry hast du welche? was schon, ja, ja, ich hab' keine Racks hast du welche? boah, wie stark die ist denn, ey aber die Exterms auch dieses Spawns haben's auch ganz schön runtergesetzt ich bin jetzt in der Vorstand wo soll Niki und ich sehe so Niki schon ich hab' schon gehört oh, jetzt hab' ich auch ne Waffe oh, ich bin ja auch bleeding ja, ich hab' dich getroffen mit meinem Ding hey, ich hab' mich verbunden und schon ist mein Arm nicht mehr gebrochen ich fresse da mal ein paar Witter im Hinterblick ich hab' nen Hosenback du bist ein Hosenback ok Jenny lebt noch dann werden wir uns mal auf verbinden den müssen du jetzt eigentlich hingelaufen das ist eine Lagerhausdau ich komm' von der Hauptstraße ich schau' mal raus auf die Hauptstraße mal schauen, vielleicht kommt er gleich ich hab' das Gefühl, du cheatest irgendwie du bist immer so schnell unterwegs, kommt mir so vor ich hab' die Hauptstraße ich erwarte Dich auf der Hauptstraße Meine FPS zwar dennról der Mittelfinger ich bin noch im Kampfmodus ich führer und kanzendend du 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 da vorne ist er I see das Leite bei mir lekt es aber auch my leg is painful ja ich bin der kevin kommt mario du bist der einzige der einen dsing hat du hast einen dsing genommen kalt super nein darf ich dich töten okay das respektiere ich gib mir ein backpack geben mir ein backpack oh kevin komm mal her boah es leckt voll wer braucht was ich hab jajaja komm mal schatzi geh mal da raus aus dem haus und lauf mach mir mal da auf bitte ich stell mich mal jetzt zu euch rein moment wo soll ich hinlaufen oh kevin rett er los genau lauf dir geradeaus einfach nein nicht da nein da lang ja du hast grad geschaut in die richtung was machst du du lauf doch jetzt mal da lang da geradeaus da lang da lang kannst du mal die kopfhörer abnehmen damit du mich verstehst geradeaus was ich geh gleich an rage ohne scheiß was ich 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 mich ich 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 wir sind immer noch da wo wir sind du bist weggelaufen du bist so doof wo seid ihr wo seid ihr hin scheiße ich gehe mal was nachschauen 1 gegen 1 ich habe irgendein essen ja das war mein essen ich habe eine sonnenbrille auf jungen ich bin immer noch ungerlich verdammt das wirst du nicht tun ich bin ein freund ich bin ein freund nur der cap das sagt er aber es hat mir vorgetroffen nur ein gesicht und mein herz ich bin immer noch ungerich ein schokokus ja das dauert ewig bis zu essen der im zeit auf ich erst mal was ich sagte das zeigt alles weg wir sind fast wie ein echten leben wenn wir zusammen sind das sieht so lustig aus einfach wie er die unten einfach da so rumstehen weißt du dass du behindert bist ja ich hab gedacht wer kann man schon immer noch ungericht ja ist einfach alles da gibt es einen knopf it all so ich spiel mit der atari 2 4200 ist nicht dieser große joystick zu mir was willst du jetzt eigentlich komm mal her ich mach dich mit meinen bloßen fäusten kalt und da hast du können ich bin der mit dem gegen unsere gegen unsere stinke finger vorst kann er nichts tun wir gehen schlagen noch mal los los fesseln wir ihn und wir gehen schlagen noch mal ähm jetzt wäre jetzt wäre echt mal ja ohne scheiß los komm her kevin du weißt schon dass er der schnellste von uns ist der dommi man merkt direkt dass jenny mit winder verwandt ist das würde er auch sagen komm jetzt wo ist der kevin jetzt kann es jetzt mal her kommt ja nach hier nach süden hier lang ja wenn du endlich mal bei uns bleiben wird es in dem team spielen wird ist auf der hauptstoße stimmt da hat eigentlich recht da oben ist auch eine ok wir folgen kevin los ich bin nein der dommi ist der leader er ist ganz vorne er ist der schnellste er ist schwarz das hatte er schon das ist das schreckte nicht weil wenn du damit das denken wir alle auf dich los nee dann hast du einen schreck was macht mir das für einen scheiß das wollte den abhang runtergerutschtecker war weg wie in seines mutters wie in seines mutters schoss wenn du einschläfst mit popo die juckt wachst du auf mit finger die stinkt und das war die weisheit für heute hoffentlich kommt diese folge am sonntag groß an einem sonntag dann ist es das wort zum sonntag was wo ich wills ich wills ich hab sein erster gesagt ja komm mal wo der kevin ist da drüben hingeht es tut schon so auf der darin ist irgendwo lang schau ihn an scheiße ich glaube er hat es als erstes schön zombie schön zombie nein das ist meiner draußen läuft der zombie nein scheiße das ist der erste ja und jetzt habe ich FPS hier liegt das backpack und da drinnen liegt der baseball ja ja da und wir müssen runter warte renn hoch renn hoch wenn ich nicht hochkommen verdammt ja sehr gut er hat es geschafft jenny ist tot was mein Gott ja den braucht jenny ich habe ein backpack geil ich war der erste Domi hat sich ihn gekreilt hier ist eine sichere schatzi komm her jetzt kreilt er sich auch die sichere jenny ich höre nur tumm 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 du hast nur den auch hier mein baseballschläger hier ist das sichl komm her mit der sichl du hast nur den rucksack rein ja genau ich habe den schlechteren pc das heißt ich lege weniger escenny da drin liegt noch eine crowbar hä ding 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 da in dem raum hey wo ist jenny? jenny ein bisschen runter ja jetzt lass ich erst mal die sich aufnehmen die sind nicht so groß. Zieh dir einfach rüber. Ach so das ist keine Waffe dann lass sie liegen und geh hinten das Häuschen. Dann rück F drauf. Okay dann halt mal die Schnauze. Komm hier. Nein wir trennen uns jetzt nicht. Du rennst jetzt nicht wie der Lonely Wolf Shack. Lebst du noch? Nein ich glaube ihr Bein ist gebrochen. Mach mal deinen Inventar auf. Ich bin wieder da. Was steht? Fracture. Haben wir keine. Ich sehe sie auf einmal unten stehen. Bleibt sie so fünf Sekunden stehen auf einmal legt sie sich hin. Oh ich kann nicht mehr. Drück mal auf V dann stehst du wieder auf. Volle Sau. Geht nicht. Doch das muss gehen. Ach haben sie es rausgepatcht oder was? Ich brachte die Beine mit dem Baseballschläger. Oh Mann das war so geil. Ich brachte die Beine mit dem Baseballschläger. Wie das ausschaut. Toll so kommen wir nie nach Berenzino. Warum musstest du unbedingt runterspringen? Boah fuck da hinten seid da ja. Kevin? Erlöst mich. Ich bin der Militärtyp. Ich suche die Leckrad. Übe. Warte mal das Leckrad voll die Hölle jetzt haben. Ich schmeiß mal die Crober auf den Ding auf den Boden. Wo bist denn du? Hey komm mal her. Komm mal her hier. Hallo. Warum läst du schon wieder weg? Bleib doch mal da. Sie klafft doch gar nicht. Kannste jetzt mal da bleiben? Ist doch geil. Bleib mal da. Bleib doch mal hier. Mein Gott nimm doch endlich mal die Crober. Ich glaube ich sterb gleich. Was für ein Ding? Nach ein Deer Spiel. Komm her hier. Das ist ein Brecheisen. Irgendwo. Irgendwann hat es aufgenommen. Nimm den Baseballschläger runter. Was war denn das? Kevin? Ist der Kevin gestern? Kevin. Kevin. Ja, der haut gegen das Ding. Bist du behindert manchmal ohne Scheiß? Was hält noch bei Beinbruch? Außer die Stücke. Morphium. Ich hab nur Vitaminbottel. Ich schmeiß hier an den Kopf. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Es wird Nacht, Leute. Deine Mutter wird Nacht. Ach, halt. Ich weiß nicht. Ich glaube es wird Nacht. Ich glaube, ist 11.40 Uhr. Wo ist denn 11.40 Uhr? Wo siehst du denn Scheiß? Da würde ich sagen... Unten rechts bei meiner Computeruhr. Ohne Scheiß. Ich komm gleich, ich komm gleich rüber. Wartet doch mal auf mich. Ja, so schnell sieht es an. Geh mal in das Lagerhaus. Und was machen wir dann? Dann machen wir eine kleine Aufnahme. Ah. Scheiß, Stefan. Warum ist mein Leck in Pain? Da steht doch gar nichts. So bewege ich mich echt schneller. Habe ich dich mit dem Baseballschläger geschlafen? Nein, das ist schon seitdem wir gegen den Zombie gekämpft haben, aber irgendwie zeigt es mir nichts an in meinem Momentar. Ich glaube, ich mache nach der Aufnahmepause gleich mal einen Relog. Hey. Wer haut da gegen die Wand? Das ist der Dominik mit dem mächtigen Baseballschläger. In der Hand. Jetzt kommt sie nie mehr rein. Hallo, mach doch mal die Tür auf. Bis sie reingekrabbelt kommt. Gelb, gelb, gelb. Ich habe gelbe Verbindung. Jetzt lass sie kommen. Hey, du kommst da nicht rein. Okay. Hey. Lass sie kommen. Hey, Jelly, du hast ein Brett vor dem Kopf. Oh, boah, Matzi. Komm, komm, komm. Du schaffst es. Und die Beine sind weg. So. Ja, weil der Depp wieder nicht kommt. Wo seid ihr denn? Oh, gar so. Ja, in dem großen Lagerhaus neben dem muss ich ständig die Beine sind. Die anderen rollt sich da durch die Gegend. Schaust du mal hoch? Die spinnt. Schau mal, Tommy, schau mal. Die ist behindert. Ja, ich sehe es schon. Auf. Komm, Kevin, wir machen eine kleine Aufnahmepause hier. Wie holst du dich? Wir nehmen dann schon noch weiter auf, oder? Was sagst du? Ja, natürlich. Ich glaube, ich setze dann aus. Ja, ich glaube, das ist auch gescheit, aber sonst kommen wir nicht weiter. Scheiße. Wir nehmen dich das nächste Mal wieder mit, weil wir Splints haben. Wir bleiben schon auf dem Server, oder? Ja. Wo bist denn du jetzt, Kevin? Wo waren Sie? Ich bin auf dem Weg. Ich lege meine Waffen nicht aus der Hand. Ja, anstatt dass du einfach mal das machst, was wir sagen, wir rollen hier noch ein bisschen durch die Gegend. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen. Geil, oder? Wie ein Samissurium vieles Buntes. So, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Aufnahme für heute. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dominik schlägt noch ein wenig den Boden kaputt. Und ja, dann bis morgen. Ciao, Leute. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.